Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ark Irgendwie habe ich hier gerade Plätscher gehört, was nicht gut ist Oh, jetzt sieht auch nur das Licht aus Ja, wir warten jetzt hier bis es hell ist Blöder Mond Oh, ich trinke mal ganz kurz was Ungesunde Cola Hm Oh, ah, da ist der Raptor Habt ihr ihn gesehen? Der stand gerade an der Leiche und hat, äh, nichts gemacht Und ist dann weggerannt Der Raptor-Line, der ging allein in die weite Welt hinein Alter, wie das aussieht, ey Ark ist schon geil Da ist der Stägo Wech Wech der Stägo Der Stägo-Manego Raptor Raptor Kommt der hier hoch? Ja Ne Achso, ist ein Schweinchen Wo ist er? Da ist er Hey, Pissflitsche Kackbratzen Och, Kacke Ähm Was macht er da? Jackelt er das Wasser an oder was? Oder den Stein? Nein Ah, ist die Leine Wir wollen das Gleich nicht Typen wie dich mögen wir in dieser Stadt nicht Na Na, jackelt er wieder? Ne Jackel, 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 Jackel Oh Gott Ein Jackel 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 Jetzt hätte ich gerne, äh Pfeile und Bogen Ich glaub, der haut jetzt gerade komplett ab Das wär cool Jup, der ist weg Wunderbar Eine Sorgenfalte Weniger Du Mistgeburt Du willst es auch echt Äh, bitte was? Äh, Raptor? W-w-w 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 Ähm Ähm Äh Ähm Raptor? Äh Raptor? Wo ist der hin? Der ist einfach aufgesoffen Boah, solange ich hier nicht weiß, wo der Raptor ist, äh werde ich mich hier nicht vom Fleck bewegen Der ist einfach weg Das ist das Schweinchen Ich, was ich mir gut vorstellen kann Ähm, dass der Raptor Von Dings, äh Gefressen wurde Von Piranhas Weil der ist komplett weg Der ist auch hier unten nirgendwo Auch nicht hier am Strand Oder sonst wo Auch da drüben am Strand sehe ich den nirgendwo Naja Ich wollte mal sagen Wir ziehen mal auch mal weiter Weil es ist sehr hell Und nicht mehr düster Gut, er geht in die andere Richtung Und jetzt kommt der Raptor direkt hier um die Ecke Und schreie ich aber scheiße Scheiße So Wir müssten jetzt eigentlich nur noch Hier geradeaus Bis wir am Wasser sind Das Ding ist Hier gibt es Fiesmöpse Wir müssen also genau Wir müssen also vorsichtig sein Das wollte ich sagen Alter Das ist nicht dein Ernst, oder? Also direkt zu Anfang Ein Äh Ein Ein hier Äh Ein Dings zu haben Ist natürlich ganz scheiße Warte mal Kann ich irgendwie Ah, hier, guck mal Destroy Wild Dinos Das mache ich jetzt einfach mal Weil Ich will hier kein Alpha Raptor haben So Tut mir leid, aber Das musste mal sein Weil Der Alpha Raptor war nun wirklich Richtig scheiße Also direkt zu Anfang Ein Alpha Raptor Gut, jetzt habe ich hier natürlich Äh, gerade gar nichts Äh, am Was ich hier Was ich hier Zu mir kommen kann Aber Naja Na komm Hallo Achso Ja Jetzt dauert das erstmal Bis neue Dinos Eingefügt werden Müssen wir jetzt erstmal kurz warten Toll Ui Da So Wär schon Da Genau Das hier ist nämlich neu Es wurden nämlich überall Äh Ich glaube überall auf der Map Ähm Solche Ruinen Eingebaut Was ich Mega geil finde Das macht Das macht die Welt von Ark Deutlich lebendiger Das hat dann halt Dieses mystische Alter Wie geil Das aussieht Kann man da durch Nee Das ist ein Felsen Oder Sieht aber mega geil aus So Ich laufe mal ein bisschen weiter So hoch wurde ich eigentlich gar nicht Ich glaube ich Ich weiß gar nicht wo ich bin Glauben wir mal da lang Noch sehe ich hier keine Viecher Was auf der einen Seite zwar ein bisschen doof ist Aber Auf der anderen Seite auch ein bisschen gut Äh Sind das da die Nee Sind die Bäume einfach so groß Die Bällen Von denen halte ich mich erstmal ein bisschen fern Ich dachte ich habe gerade einen Kompi gesehen Wo sind wir her eigentlich Nicht am Sumpf oder Nee Was ist das hier Das kenne ich nicht Es sieht geil aus Es sieht Es sieht nach Sumpf aus Und es ist Sumpf Sumpf Okay hier wollte ich natürlich nicht hin Äh Wieso gibt es hier einen Sumpf Bin ich überhaupt Da Äh Okay muss ich ein bisschen umdenken Ich habe jetzt nicht ge Alter Ich sehe schon die Bäume Das sind die neuen Bäume Im Hintergrund Boah sind die groß Geil Da will ich hin Da hinten ist ein Triceratops Da hinten ist noch ein Triceratops Die heißen da jetzt auch Triceratops oder Im Englischen heißen die ja Trike Und der hier Triceratops Hey Ein Bonto Alter Alter Ich will da hin Wo komme ich noch nicht hin Ich will da hin Lass mich noch nicht hin Ich will aber nicht durch den Sumpf Weil Sumpf ist nämlich Ganz ganz böse Da gibt es Schlangen und Äh Das weiß ich nicht alles Ganz fiese Viecher Da würde ich keine Sekunde lang überleben Gut müssen wir halt am Strand Irgendwie Natürlich müssen wir aufpassen Was ist das da hinten Ein Stego Megodego Stego Megodego Ich glaube hier hört der Sumpf Oh Alter Die ist scheiß Sonne Ach das ist ja gar keine Sonne Hey Den könnten wir uns eigentlich im Prinzip schnappen Wo kommt denn der schon wieder her Ich spawne jetzt mal woanders Ich spawne jetzt da Westzone 1 Weil dann sind wir nämlich direkt am Dings Nur so Komm Ist jetzt auch egal Wir waren ja noch am Anfang Also ist das So hier sind wir Da hinten Was ist denn Alter wie geil das hier aussieht Ich habe ganz vergessen wie schön die Äh Eigentliche Map aussieht Ich habe ganz vergessen wie schön die Ich habe ganz vergessen wie schön die Ich habe ganz vergessen wie schön die Währenddessen können wir mal ein bisschen Leveln Das machen wir später Dann hätte ich hier noch ein bisschen Holz Diese bösen Raptoren Was blöde ist natürlich jetzt Alter wie schön das aussieht Oh Ich bin jetzt Ich bin jetzt wieder Ich bin ja jetzt Ich habe mich ja jetzt am Center gewöhnt Deswegen habe ich ganz vergessen wie schön das hier aussieht Oder haben die das geupdatet? Ne ne? Ich glaube nicht Alter ich will keine Steine Ich will so schnell wie möglich ein Triceratops haben Damit wir wenigstens ein bisschen geschützt sind Das war nicht gut So nach dem werde ich mal die Liste leeren So Weil man kann nämlich nur drei Es gibt nämlich nur drei Stacks glaube ich Ah ne Zehner Stacks Stimmt ja Aber egal Man muss ja nicht alles Oh was war das denn? Ich hatte gerade irgendwie so ein Fiepen im Ohr Da hinten sieht man schön die Eiswelt Da hinten ist auch ein Dodo Und ein Giganotosaurus Da sind ganz viele Scheiße Und ein Giganotosaurus Und ein Giganotosaurus so haben wir das wieder noch brauchen wir nichts zu fressen wo sind wir hier sind wir okay da hinten ist glaube ich da bin ich hier bin ich dann sind wir genau auf der anderen seite wo ich gestorben bin genau da ist der weiße strahl genau ungefähr da bin ich gestorben und genau hier wollte ich das heißt der redford forst ist direkt vor uns aber da sehe ich auch schon die bäume das heißt aber auch dass wir direkt ganz nah beim dinge sind da ist der sumpf und da ist der wald und nein ich glaube dazwischen ist immer noch ein sumpf ich bin echt einer der die sümpfe hasst was aber auch daran liegt dass ich erstens schon häufig in so einem fall gestorben bin und zweitens weil da echt fiese viecher sind ich habe den gesehen den dedo lana 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 ich bin vorsichtig nicht dass ihr euch wundert was ich hier mache außerdem haben wir zeit und rein ich weiß wo wir sind und ich weiß dass es hier schlangen gibt vielleicht mal da da oben versuchen ich will zum redford bierow bierow also wenn ich will selbst von hier aus es nicht schaffe dann werde ich das mal oben versuchen es nicht so es ist es ist dass es es ich es ich Ich kann gerade absolut nicht sagen, ob hier irgendwo ein Viehsmöpp ist. Ich bin der Meinung, ich bin an dieser Stelle... Ah ne, da wo die Titanoboa sind, ist eine andere Stelle. Alter, sieht schon leise aus. Ach, ich erinnere mich, wo wir hier sind. Ja, ja, hier gibt es nichts Fieses. Zumindest nicht so Fieses. Geil. Leider ist da unten alles voll mit Sumpf. Alter, geil, ich will da hin. Mann, da war was. Da war irgendwas Fieses. Ach er. Ich will es woanders versuchen. Das kann doch nicht wahr sein. Ne, von da nicht. Von da vielleicht. Ah ne, von hier müssten wir das machen. Der Sumpf ist hier nicht. Ah ja, okay. Wir könnten auch von hier, also hier so durch. Ah, hier ist ja auch Sumpf. Ah. Wir müssen also von da aus. Aber wieso ist hier Sumpf? Ich glaube, hier fängt der Sumpf an. Ich versuche das nochmal von hier aus. Aber dann gehe ich von hier oben hin. Und dann so runter. Das mache ich. Das ist doch unfassbar. Leck mich doch am Sack. Ja, ja. Unser Start. Na gut, er war aber auch in der zweiten Staffel. Äh, in der ersten Staffel nicht. Gut. Ach, hier sind wir. Boah, hier sind wir. Ich möchte was. Leck mich. Geronimo! Hier gibt es keine Haie? Was ist das denn für ein Kack? Echt mal Piranhas? Also das ist nun wirklich erbärmlich. Gibt es da eigentlich was? Was ist das denn eigentlich? Ich glaube, da gibt es gar nichts. Ähm, ja. Da komme ich sie also auf einfach. Ist das spannend. Es tut mir leid. Es tut mir natürlich leid, dass ich, äh, ähm, die erste, die zweite Staffel so anfange. Ach ja. Ach ja. Du bist gestorben. Nein. Echt? Ach, jetzt riecht das. Ja, ich bin ja weit gekommen. Naja, egal. Weißt du was? Entschuldigung. Warum mach ich sowas nie? Leck mich. Guck mal, da hinten bin ich. Ach, komm jetzt. Jetzt ist es aber gut. Ach. Pfff. Die lange Reise zum Redwood Forest. Oh, hi. Euch sieht man ja überhaupt gar nicht. Was brauch ich denn noch? Holz, Stroh. Holz hab ich schon mal. So. Feierstein, Stroh. Feierstein, Stroh. Na 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 Ja, das mach ich. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Wir müssen ja nicht unbedingt sofort zum Redwood Forest. Ähm. Wir machen das jetzt so. Da hinten ist ja diese Halbinsel. Da in dieser Bucht werden wir uns jetzt häuslich niederlassen. Und, ähm, ja. Ich hab gerade geguckt, warum der Vogel da wegläuft. So. Wir werden uns häuslich niederlassen. Bla, bla, bla. Bla, bla und bla, bla, bla. So. Na, jetzt sind wir jetzt dementsprechend wieder ausgestattet. Du musst leider sterben. Entschuldigung. Äh. Alter! Cool! Dodo's haben fliegen gelernt. Oh mein Gott. Da ist ein Hai. Bitte was? Ein Dodo. Ein Dodo. Die haben einen Dodo gefressen. Ein Ich-Tee würde ich auch gerne äh, äh, tamen. Ach, puh. Gibt's hier keine Dodo's? Sonst, äh, sind, 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 sind hier immer so viele Dodo's. Voll der Stein-Strand hier. Da. Das war ein Ovi-Raptor. Kein Grund zur Panik. Panik! Ich nehm die jetzt noch mal zwei auseinander. Und dann... Maß für die Anfolge. So. Damit wir das nicht in der nächsten Folge machen müssen, werde ich jetzt noch mal uns leveln. Zack. Und ein Strohfundament machen. Stroh das. Stroh dies. Ein Strohdach. Und ne Kiste machen. Und am besten ein einfaches Dach, äh, Bett. Aber das geht nicht. Ne Holztür hätte ich noch gerne. So. Als nächstes machen wir, äh, das Bett und den Stößel. Und das Narkosemittel. Aber das, während es hier, äh, neblig wird. Verdammt. In der nächsten Folge wird's neblig. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.